Magic Park – Das Geheimnis der Greifen Von Carrie Sutherland und T.O.T. Sutherland Gelesen von Oliver Rohrbeck Eine Produktion von der Audio Verlag Logan Wilde bemerkte die Federn gleich nach dem Aufwachen. Fünf von ihnen lagen wie Herbstlaub auf seinem grauen Teppich. Logan starrte sie an und rieb sich verschlafen die Augen. Er stieg aus dem Bett und hob eine der Federn auf. Sie war groß und leuchtete im Sonnenlicht, als wäre sie mit Goldstaub überzogen. Logan überlegte, ob vergangene Nacht irgendetwas Seltsames geschehen sein könnte, wie etwa der Besuch eines riesigen, goldenen Vogels, der durch sein Zimmer geflattert war. Das Problem war nur, dass Logan einen wirklich tiefen Schlaf hatte. Sein Dad machte immer Witze, dass neben seinem Kopf eine Alarmanlage losheulen könnte, ohne dass Logan davon aufwachen würde. »Hm«, murmelte Logan, »will ich echt wissen, was mit dem Rest dieses Vogels passiert ist, Tinker?« Erst als er sich umdrehte, fiel ihm auf, dass sich seine Katze nicht wie sonst am Fußende seines Bettes regelte. Da erhaschte er aus dem Augenwinkel eine Bewegung auf seinem Schreibtisch. Hulk, sein siamesischer Kampffisch, schwamm aufgescheucht in seinem Glas herum. Das Terrarium daneben sah dagegen völlig verlassen aus. Logan ging hinüber und lugte hinein. Seine zwei Mäuse, Mr. und Mrs. Smith, kauerten unter einem Haufen Hobelspäne in einer Ecke. Selbst als Logan ihre Futterdose schüttelte, weigerten sie, sich herauszukommen. »Was zur Hölle ist hier los?«, fragte Logan laut. »Miau«, drang ein leises Stimmchen aus seinem Schrank. Logan öffnete die Tür und fand seine Katze, die sich hinter einem Stapel Pullis versteckte. Verängstigt schaute sie ihn an, während sie ihr grau-weißes Fell sträubte. »Ach, du arme Kleine, was ist denn passiert?«, machte Logan sich über sie lustig. »Ist ein großer, böser Vogel ins Zimmer geflogen und hat dich erschreckt?« »Miau«, grummelte sie beleidigt. Logan griff nach ihr, aber sie legte die Ohren an und hechtete über ihn hinweg. Als er herumfuhr, sah er gerade noch ihre Schwanzspitze zum offenen Fenster hinaus verschwinden. Logan seufzte. »Irgendwann bekomme ich einen Hund. Einen, der nicht bei jedem Scheiß gleich Panik schiebt.« Er zog sich an und steckte die Nachricht und das Pausengeld ein, die sein Vater ihm in die Küche gelegt hatte. Dann schnappte er sich noch schnell eine Milchschnitte für den Schulweg und eilte aus dem Haus. Sanadu war eine verschlafene kleine Stadt in Wyoming, umgeben von lauter Bergen. Nie hätte Logan gedacht, dass er mal an so einem Ort landen würde. Andererseits hätte er auch nie damit gerechnet, dass seine Mutter sie beide per Postkarte abservieren und sein Dad seinen Job als...